Ich bin zu Bumas gekommen, weil bei uns Giftköder ausgelegt wurden. Und ich habe einen Maulkorb gesucht damals, der verhindert, dass man Hund Giftköder aufnehmen kann. Das Problem ist, auf dem Markt gibt es sehr, sehr viele Maulkörbe und sehr, sehr viele Maulkörbe, die aber leider keinen richtigen Giftköderschutz haben. Das heißt, wenn der Hund im Freilauf ist und da gibt es Wienerle mit Nägeln, dann können die leider durch viele Maulkörbe trotzdem dadurch gehen, durchs Gitter. So, habe ich mich ein bisschen informiert, habe mich schlau gemacht, kannte auch einige, die Bumas Maulkörbe schon besitzen. Und ja, habe mich dann letztlich auch dazu entschieden, mir einen Bumas anzuschaffen und mir konfigurieren zu lassen. Wir sind auch super glücklich, weil man kann ihn in allen kunterbunten Farben machen. Und ich habe mich dann damals einfach für eine ganz wilde Farbkombination entschieden, und zwar diese. Und seitdem begleitet er uns überall hin. Ich kann mit einem guten Gewissen meinen Hund in den Freilauf lassen, weil ich weiß, da passiert nichts. Der kann nichts aufnehmen, er hat aber genug Platz zum Hecheln. Er kann gehen, er kann bellen, ohne irgendwo anzustoßen, weil er einfach maßangefertigt ist. Der Maulkorb ist schön leicht, man kann ihn super gut putzen. Ich bin da einfach ein Fan. Wir haben den beim Wandern dabei, wir haben den dabei, wenn es um die Urlaube geht. Denn ganz viele sind sich auch gar nicht bewusst, ein Hund braucht oft, wenn man außerhalb der deutschen Grenze ist, einen Maulkorb, weil man Maulkorbpflicht hat. Man muss den nicht zwingend tragen, aber man muss ihn mitführen. Und ich habe schon gesagt, der nächste Hund bei mir wird auch immer einen Bumas bekommen, weil ich einfach ein absoluter Fan von dieser Marke bin. Und die sind super, das sind herzensgute Menschen, die das super maßanfertigen können. Und bei uns war es jetzt leider so, dass nach den ganzen Jahren, vor ein paar Monaten, jemand unseren Bumas leider entwendet hat. Und das ist überhaupt nicht schön gewesen. Und jetzt haben wir mittlerweile einen neuen Bumas, genau in derselben Farbe nochmal. Ja, und wir sind einfach ein Fan. Ja, und wir sind einfach ein Fan.